Der Check Ach ja, so ein Porsche 911er Cabrio, das wär's doch. Jede Menge Leistung, scharfe Optik, ein Traumwagen. Vorausgesetzt man kann sich so einen Luxus leisten. Oder ein 718 Boxster, der wär doch auch schon super. Grüß Gott, Beintner, kann mir helfen? Grüß Sie, Trabitsch. Ich kenn Sie. Da schau her, folgendes. Ich bin ja alles schon gefahren, was Sie da stehen haben. Finde ich alles ganz toll, aber ich möchte ehrlich bleiben. 90.000 Euro hab ich jetzt auch nicht einstecken. Also bin ich nur zum Schauen da. Man kann trotzdem ein paar Sekunden sein. Da schau her. Ja. Was gibt's denn leicht, was ich mir leisten kann? Die Porsche Driver Selection. Was ist das? Schauen wir uns an. Und wie ich mir das ansehen werde. Bei der Porsche Driver Selection geht es vor allem um Accessoires der Marke Porsche. Dazu zählt auch Bekleidung. Zum Beispiel das, Martini Racing Collection. Das ist fesch. Ja, Jacke ist Übergang vom Sommer auf Herbst. Ist hübsch. In olivgrün. Genau. Aber ja, Jacke habe ich schon. Was gibt's sonst noch so? Dann schauen wir gleich zu unserem Shop. Aha. Ein Shop im Shop. Hier gibt's alles, was das Herz abseits von Porsche Automobilen begehrt. Angefangen vom Schlüsselanhänger bis hin zum Kofferset. Das geschulte und überaus aufmerksame Auge des Porsche Verkäufers hat sofort erkannt, woran es mir nämlich wirklich mangelt. Ich habe gesehen, Sie tragen keine Uhr nicht. Nein. Sie müssen noch immer pünktlich sein in dem Beruf. In der Daut, ja. Was wäre denn mit einer Porsche Uhr? Die 911 rechts oben mit dem schwarzen Band. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Schweiz Armbanduhr. Mhm. Aus Kautschuk. 10 Meter wasserdicht. Was sagen Sie? Die ist sehr fesch. Preislich. Auch okay. Doch Herr Pointner setzt zum großen Finale an. Ein originaler Remover-Koffer. Exklusiv im Porsche-Design. In allen Extrure-Farben des eigenen Porsche möglich. Und wenn es Ihnen nicht passt, wir mischen ihn sogar in eine eigene Farbe. Ja, das ist alles ganz nett, Herr Pointner. Aber abgesehen davon, dass ich keinen Porsche habe, die passen mir doch auch in keinen Porsche rein. Naja, das schauen wir uns jetzt an. Da passen sogar sechs rein. Ja, im neuen Panamera Sport-Tourismo sieht das Kofferset natürlich schon sehr edel aus. Höchstwahrscheinlich auch in jedem anderen Auto. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Menschen, die viel reisen. Aber es gibt auch richtig abgefahrene Porsche-Accessoires. Wie zum Beispiel ein Soundbar, der aus der Auspuffanlage eines 911 geformt ist. Das kostet dann schon ein klein wenig mehr als eine Kleinigkeit. Das wird das Christkind für mich wohl eher nicht springen lassen. Aber schön zu wissen, dass es so etwas und noch viel mehr gibt. Der Porsche Driver Selection Katalog scheint mir nämlich schier endlos. Am Ende ist es für mich die Uhr geworden. Die lege ich mir selbst unter dem Christbaum. Und das wird jetzt das beste Weihnachten, das es bei mir zu Haus gegeben hat.